Los geht´s. Los geht´s. Zwei. Zwei. Eins. Drei. Ich würde gerne anfangen wollen. Tu dies. Karten. Zu Beginn. Let´s start. Und... Normalbeschwerung Schuhe, die blaue Flamme. Sure. Setz zwei Karten verdeckt. Ich ziehe. Na, was kommt denn jetzt? Verstärkung für die Abwehr. Ja. 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 Summony Deer. Ja. Auf die Effektaktivierung, auf die gezeilige Schlag. 1500 Punkte zahlst du. Ja. Okay. So, bist du dran. Okay, ich ziehe. Spezialbeschwörung Bohrer der Speer. Battle Phase. Angriff mit 1,7. Ja. Angriff mit Shura, die blaue Flamme für 1,8. Main Phase 2. Mhm. Ein Overlay. Overlay. Für Überfall-Raptor-Kraft-Cards. Jupp. Effekt. Ist okay. Schwarzflügel Christ. Das Morgengrauen. Heißt du so? Ja. Setz ne weitere Karte verdeckt. Und dann geb ich endlich ab. Oh, yeah. Is Brick City calling you? Schwierig des Begegnis. Ja. Warum so fragend? Weil ich keine Ahnung habe, was dich damit gut ist. Doch, ich kann den Begegnis hier reinholfen, ne? Ja, ich weiß schon. Ähm. Das ist übrigens gut, ne? Ich werfe Eidos im Friedhof. Ja. Effekt Eidos im Friedhof. Das sind Kosten, glaube ich, oder? Ja, das sind Kosten. Ja. Die werden auch feierlich geschlagen. Yay. Und das ist der dritte, ne? Ja. So wie immer. Zum Sammeln und Tausch. Normes Sammeln. Effekt. Wenn du aufs Feld kommt. Hm. Alter. Auf die Effektaktivierung? Ernste Warnung. Alter. Okay. Gute Background. Gute Background. Gute Background. Ja, du bist. Draw. Effekt Kaff Kautz. Ja. Dann füge ich mir Shura die blaue Flamme hinzu. Sure. 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 Normalbeschwörung, Shura die blaue Flamme. Ja. Spezialbeschwörung Chris. Jo. Switche Kaff Kautz in Angriffsmodus. Eins... Eins hat er. Ja. 500 Angriff für jedes Geflügel ungefähr, richtig? Ja. Okay. 1.900. Okay. Ja. Battlephase. Angriff mit Kaff Kautz für 1.1. Jo. So. Angriff mit Shura die blaue Flamme. Und Angriff mit Chris für Game. Gutes Spiel. Ja.